Hallo, hallo, hallo. Äh, diesmal ist es nur so ne kleine Informationsrunde, denn... Ich will auch mal einen Minecraft-Server machen. Einmal mit mir und Jacqueline. Und auch einmal ich und eben... Abonnenten von mir. Dann mach ich einen Server. Äh, und immer wenn ihr den Spiel wollt, schreibt ihr mich an. Nur wenn ich dann nicht direkt reagiere, guck ich entweder was oder... Sonst was. Ich versuche dann auch regelmäßig drauf zu gucken, sodass wir dann spielen können. Es wäre gut, wenn ihr Skype hättet. Könnten wir auch so reden, ne? Aber wenn nicht, können wir auch einfach nur schreiben. Äh, ja, Skype ist... Also für die, die das dann holen wollen. Äh, Skype ist kostenlos. Und sehr gut eigentlich. Weil dann kann man nicht meckern. Ja, das war die Informationsrunde und... Mich wird's freuen, wenn wir irgendwann mal was spielen. Ja, tschau. Ja, tschau. Ja, tschau. Ja, tschau. Ja, tschau.